So und damit willkommen hier zur Eroberung von Just Cause. Diesmal erobern wir das ganze Gebiet, das nennt sich nämlich Bayer. Dazu muss man eigentlich theoretisch laut Karte nur noch einen Außenposten erobern hier. Diesmal sogar mit Kommentar. Diesmal geht mein Aufnahmeprogramm, ja. Fliegen wir einfach mal hin, gucken was passiert. Aua. Ja, das Spiel ist schön geil. Was ich finde an dem Spiel ist, es gibt sogar hier, ähm, man kann sich sogar Waffen und so anfordern lassen. Und zwar hier über das Wellenabwurfzeug. Das muss man vorher noch finden. Halt. Da kann man sich das ganze Zeug abwerfen lassen. Da kriegt man es einfach. Und Fahrzeuge und alles mögliche. Spezial sogar. Ist schon krass, dass das Spiel, ne. Man hat einen Wegpunkt gesetzt, einen Wegpunkt setzen. Wo müssen wir hin? Da, da, da. Auf, zum Außenposten. Ja, also wenn das lecken sollte, das ist so. Ich kann das nur wirklich nicht ändern. Jetzt am Spiel, wo der Grafik gerade keine Ahnung mehr, aber so schlecht ist das meine Ausstattung auch nicht. Damit aufzunehmen ist immer so, ne. Na, geh mal runter. Komm. Vor dem Heli, was passiert. Komm, geh runter. Weiter. Na, fein. Ist fein gemacht, Heli. Ist fein gemacht. So, schwingen wir uns mal hier rüber. Mit schönen Fallschirm. Ich finde ich die Gegner. Ich finde ich die Gegner. Ich finde ich die Gegner. Von Sträflingen gebaut, dabei der Strom kommt nicht dem Volk zugute. Was ist denn das hier? Geh da rein und spreng alles in die Luft. Ich spreng erstmal außen alles in die Luft. In der Ries ist mit den E-Anlagen rot markiert. Also konzentrier dich auf sie. Ah. Getroffen. Bitch. Was haben wir denn hier so zum Sprengen eigentlich? Erstmal die Markierung wegnehmen. E-Punkt-Löhrchen. So. So, wir müssen Belastung sprengen. Gucken wir mal zu. Wollt ihr nicht? Geht ab. So. Dann haben wir ein bisschen mehr kaputt, ein bisschen schneller. So. Komm. Boom. 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 Geil. So. Jetzt kümmern wir uns mal dem, der uns abschießt. Wir können ja eh schlecht sterben hier. Das ist ja krass. Na komm, dann verbrennen wir noch ein paar. Verbrennen wir das Ding da hinten? Scheiße. Jetzt ist er weg. Na komm her. Komm her. Na fein, machst du das. So, jetzt gehen wir mal hier vorne nach innen. Ich schätze, ich muss eine lösen. Komm. Kommst du mit Deckung? Kriegen wir jetzt überhaupt so hoch, das Laster? Den Laster. Mal schauen. Hä? Willst du verbrennen? Hab ich nichts dagegen. Boah, meine Fresse. Tut sich auch schwer, hä? Was war zu weit, jetzt? Umdrehen. Ja, jetzt ist er eh schon tot. Mann. So. Wir müssen erst mal mit dem ein Stück hoch voll. Boah, wer stört denn hier? Ich hab zu tun. Jetzt wollen wir nicht alles verstören. Was stört denn hier? Noch ist einer. Besser? Hier ist er mal kaputt. Hm. Naja, jetzt sieht das Feuer auch aus. Gehen wir woanders mit dem Teil hin. Schieben wir das da mal hoch. Kannst vielleicht irgendwas... Oder irgendwas gebrauchen. Das ist schon krass, was man alles machen kann. Alles safe eigentlich. Bräuchte mal noch, was man falsch war. Ja, ich muss aufpassen, dass ich das zweite mitnehme. Hm, was mache er denn jetzt mit dem? Da ist auch runtergefallen. Na komm, den holen wir noch wieder. Den kriegen wir noch. Wir können ja endlich mal wieder aufrichten. Komm, ich bin jetzt Reparateur. Ich richte den wieder auf. Na. Na. Fein. Na. Jetzt fahren wir alle platt. Oh. Ah. Ja, ich bin noch im GTA-Style. Mit F steigt man ein. Ja, ja, ja. Ach komm, das war eine Mini-Explosion. Ich bitte dich. Warum haben wir hier was zum kaputt machen? So langsam langweilig. Hallo. Ah. Ich hör doch was. Kaboom. Oh, ne Sniper. Das ist auch cool. Erstmal aufmachen. Hallo. Wo ist denn hier? Ich glaub, ich glaub, ich hab von uns immer einmal gesehen. Da, die Große. Wo sind denn hier noch Gegner? Hä? Hallo. Wo bist du? Irgendwo da oben. Da ist einer. Wo steckst du dich? Dauertfeuer. Da geht alles Platz. Ah ja. Ist er da drüben. Kanate. Kann man das Ding in die Luft springen? Das wär cool. Mal schauen. Ähm. Ne. War das top? Ah, ne. Und los geht's. Großscheibe-Taste. Feststell-Taste, meine ich. Aua. Na, schade. Wär zu cool gewesen. Das soll ja kaputt gehen. Ja. 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 Wie stabil auch so ein Dach ist. Das hält immer noch. Ich mach was Besonderes für dich. Funktioniert das? Ne, mach was andersrum. So. Jetzt auf einmal. Da brennst du ein bisschen. Das wird aber wieder heiß, oder? Ja, ist gut. Bam. Geil. Schießt denn hier alles? Ja, ich kümmere mich ja schon um dich. So. Habt ihr dich verbrannt? Weiß ich nicht. Hallo. Hallo. Oh, ich... Ich führe schon mein Herz. Ich glaube, das ist nicht gut. Ähm, da ist einer. Und... Ich sehe noch welche. Aua. Überall auf der Karte gesteuert. Ja, das Ding ist nicht so präzise. Geil. Komm, ich nehme es noch. Das feiern. Komm. Fall selbst schon die Treppe runter, Alter. Boah. Ist die Waffe krass, oder ist das was? Sauberer Schuss. Bam, 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 bam. Nimm mal Waffen. Na ja, probier ich nicht mehr. Wir gucken mal hoch. War da oben noch irgendwas? Signale. Hm. Brauche ich eigentlich momentan nicht. Die Signale waren ja für das Abwurfzeug. Wer schießt denn? Deaktivieren. Kann man es nicht kaputt machen? Naja. Wer kommt denn da, hä? Ist aber kleiner Süßer. Kein Problem. Noch so ein Süßer da drüben. Ah. Die Schnuckis hier überall. Nein, nur noch Treffen. Das ist so eine Sache. Willst du dich nicht zeigen? Na gut. Ich kann auch anders. Was muss er denn noch machen? Ich will erstmal das und das deaktivieren. Nee, das wollte ich nicht. So war das nicht geplant. Wo hat denn der Gegner? Weh, nicht gerade irgendwo. Nehmen wir uns erstmal den vor. Stopp. Komm, die kriegt man auch so. Ah, Bodyslam. Gibt es nur noch ne? Nur so schön. Werden wir draußen heute aktivieren. Ne, die sind ja direkt nebeneinander. Das ist halt nur keine Kunst. Zerstören in der Turbine. Ähm. Auch ein paar mehr. Was ist jetzt eigentlich mit den Turbinen? Wenn die kaputt sind. Ne. Ich wollte eigentlich hier weg. Schön. Wo ist jetzt weiter? Irgendwo hier drüben. Ui. Hä? Wo ist nichts weiter? Irgendwo hier drüben. Ah, rauf vorne mit. Okay. Ähm. Ähm. Ich fliege in die Mitte. Ähm. Du. Solltest da ran. Und du. Sollst da ran. Ha, 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 ha. Ah, gut. Lebst du noch? Hallo. Ich sagte, ob du noch lebst. Ne. Du musst nicht die Dinge wieder deaktivieren. Ich war zu langsam. Ne, weiß ich schon. Sollte auch nicht sein. Hm. V hätte es sein müssen. So. Wo ist jetzt weiter? So. Wo sind die? Nach drüben. Auf, nach drüben. Wir haben ja Zeit, ne. Wir haben genug Zeit. Hm. Puuu. Puuu. Krieg mir die eigentlich dazu kaputt, wenn wir draufschießen? Ah. Wirklich. Die rastet ja vollkommen aus Das Rohr Das Rohr Geil Der Prinz Die sind auch kaputt gegangen Ich hab gar nicht gemerkt Muss man auch umgucken sollen Uh ist das heiß hier Was mein Fall schon wegbringen kann Das Mann aus Feuer Trüben ist doch mal dasselbe oder? Mal gucken was wir noch für haben Hier in dem Gebiet Sicherungsanlagen Zweit verbieten es locker Trieb noch dasselbe Suchen wir erstmal die zweite Satellitenschüssel Ist denn hier eine? Ist doch noch eine Das ist die zentrale elektrische Einheit Das ist super sicher, aber garantiert nicht explosionsfest Wir haben die Transformatoren hoch Streusamt in der Stromversorgung der Armee Streusamt in der Stromversorgung der Armee Na Treffen mich aber besser als ich die Scheiße Schöne Waffen hier Fahrzeuge meine ich Ich will mal Sniper machen Sterb Gib mir den Sniper Das Ding sieht tödlich aus Das Ding sieht tödlich aus Das Ding sieht tödlich aus Naja Kann ich mir irgendwann anfordern So Ne Ne Wie zieht man denn? Kann man nicht ziehen? Maus 3 Ah Batsch Ne Batsch Ne Batsch Ne Batsch Ja Mit dem ranzoomen ist noch so eine Sache Das geht mit dann Boah Machen Headshots Machen Headshots Na komm Hä Ha 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 Super Super Wenn ich jetzt aber viele Feinde gewesen wäre Dann wäre das nicht so gut gewesen Na komm mach ran So Oder? Warte mal kurz Warte doch mal kurz Kann ich sterben Ja Ist er gut Scheiße Reicht trotzdem Ja ist er gut Aja Gebt es immer noch Na gut So was Ich hole erstmal noch meine andere Waffe Sie war ja da drüben noch Oder ich könnte Ich könnte ein bisschen Unterstützung holen Rebellenabwurf Haben wir hier Ein paar große Waffen Alle sind nicht frei Mann Schade Na dann halt nicht Ich dachte da unten war irgendwo so ein Waffenlager Irgendwo Wunderwo War das ganz unten Oder war das ganz oben Kommen wir nochmal hier hoch Ah ne das waren nicht die Knallfackeln hier oben Wunder das Waffenlager Ah hier Na komm nimm auf mich mit Geil Was ist das jetzt hier? Was schieß denn her? Von oben Hä? Wo oben Hast du das? Eier Hey da komm her Komm her Komm her Komm her Komm her Bisschen aus der Gefahrenzone raus. Wo sind sie denn? Da war ja nicht gerade einer. Hä? Hm, keine Ahnung. Da muss es doch trotzdem noch nicht zwei Satellitenschüsse geben. Irgendwo... Da drüben! Habs ja. Er schießt mir. So? Noch mehr Waffen. Geil. Probieren wir gleich mal das neue Ding aus. Das müssen wir hatten. Haha, what the fuck? Noch mehr Waffen. Nööööö. Ja, und Moment. Mach erstmal alle. Ich hab da alles in die Luft gesprengt, warum bist denn du noch da? So, dann müssen wir drüben nochmal dasselbe machen mit den Generatoren, dann kommen wir gleich mal nach oben, ob die Dinger da wirklich in den Luft liegen. Kann man die vorher schon kaputt machen? Das ist ja geil, ähm, na komm, warte, wir hängen dich aus, soo, soo, welche Richtung? Ein bisschen pendeln. Huuu. Bist du auch? Ah, das kennt Ding. Wir katapultieren nicht ein bisschen. Mensch. Und... Alles ganz safe, ne? Alles schon ausgetastet. Wo kommt denn eigentlich runter? So. Stamm. 427 straighter, alter. Ne, da nicht. Das ist besser. Das müsste reichen. Mal gucken, ob das hin kann, ob das geht. Ne, schade. Na komm. Wie lang? Muss das auch noch kaputt machen? Bestimmt. So wie das aussieht. Ja. Hm. Eigentlich Panther oder sowas. Oh Gott, Sprengstoff gesichert, oder? Ach, da war noch was. Mensch. Ne, hä? E-halten zu schützen, Profession. Schwer Was haben wir denn noch so hier? Ne wir müssen. Muss da doch zunder wir irgendwie ein Turbinenblock sein. Die machen den kaputt. Ja, das ist gut. Ja, ich mach doch schon... So, was war mal welcher da oben? Ich dachte, dass das Ding auch kaputt geht. Kein Problem. Moment. Geh, steig aus. Moment, Moment. Das kann man doch cooler. Mach halt zwei. Ah, Quatsch. Juhu. Die Rohre. Aua. Leiden überlebt. Ach, der Kleine. Deaktivieren, ja. Hier. Der anderen auch nach. Das machen wir jetzt ganz schnell. Kaputt. 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 Reicht das schon? Mal. da halt noch ein paar Schüsse drauf so, gucken, fliegt das Ding jetzt in die Luft hier oben aber egal fliegt da nichts in die Luft ist nicht so cool ist gut ich bin der Einmannarmee befreit es schon ja schön schön, dass man das auch mal mitgesehen hat Tja, Basis befreit wie ist die Lage, bitte kommen Scheiße ich hätte wissen müssen, dass du überlebst was brauchst du? oh, feier ja, du hast die Ravelle und Flo ins Ohr gesetzt und Costa del Porto wird in Kürze die volle Wucht seiner Enttäuschung zu spüren bekommen ich dachte, das interessiert dich und dein Kumpel vielleicht danke Scheldon Mario, bist du da? ich hab's gehört wir treffen uns vor der Stadt na gut, also ich sag mal wieder danke fürs Zusehen hier in der Decke super schön was kommt denn jetzt noch? seit gegrüßt im Rahmen der öffentlichen Bauarbeiten durch unseren geliebten General Di Ravello wurde bis Elektra entfernt, damit unsere Energiepolitik grüner werden kann mhm, das sind nun kontrollierte Routinesprengungen, also keine Sorge das gilt auch für den Umstand, dass ein Bewaffneter gerade mein Handy konfisziert hat äh, Viva Medici jaja alles safe hier, ne, also bis zum nächsten Mal, tschüss bis zum nächsten Mal, tschüss